Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Austria-UFO-Wochenschau, ab sofort auch UFO-TV-News genannt. Diesmal mit folgenden Themen. Rush klagt. Genau ein Jahr nach seinen Aussagen vor dem Kongress geht David Rush in die Offensive. Mumien, Lose League, Sheehan's Golden Dome. Ein paar Nachträge und Updates. BBC, Wait for it. Eine Besprechung der BBC-UFO-Serie Paranormal. Internationale UAP-Umfrage. Die Wissenschaft will's wissen. Alles darüber und wie ihr selbst teilnehmen könnt in diesem Beitrag. UFO-TV Austria im Neuen Gewand. Was hat sich geändert? Was bleibt gleich? Video-Tipps. Für alle, die Zeit und noch nicht genug haben. Vor ziemlich genau einem Jahr trat David Rush vor einen Kongressausschuss, hob die Hand zum Schwur und erzählte Abenteuerliches. Auch seine beiden Kollegen David Fravor und Ryan Graves berichteten Unglaubliches aus ihrer Karriere als Navy-Piloten. Aber was Rush erzählte und schon einen Monat zuvor in einem Fernsehinterview gesagt hatte, schoss den sprichwörtlichen Vogel ab. Geborgene UFOs durch die US-Behörden, Back-Engineering, lebende und tote Aliens. So unglaublich das alles klang, er sagte es unter Eid aus und die Kongressabgeordneten nahmen ihn und diese Informationen völlig ernst und agieren seitdem vor und hinter den Kulissen, um sie zu verifizieren und vielleicht auch einmal der Öffentlichkeit mitzuteilen. Es war also wahrscheinlich kein großes Wunder, dass sich die Bewahrer der Geheimnisse in erster Linie auf Rush stürzten und versuchten, seine Glaubwürdigkeit zu untergraben. Was tatsächlich sehr schwer ist, bei dessen tatsächlich makellosen Karriere sowohl im Militär als auch im Geheimdienst. Einen einzigen dunklen Punkt gab es in seiner Vergangenheit. Nämlich den, dass er nach seinen Kriegseinsätzen unter posttraumatischem Stresssyndrom litt und nach dem Selbstmord eines Kameraden unter Alkoholeinfluss selbst Suizidpläne hegte. Seine Frau telefonierte nach der Polizei und er wurde kurzfristig zum eigenen Schutz angehalten, aber wenige Stunden später wieder entlassen. Diese Krise überwand David Rush mit Therapie und anderer Hilfe und behielt seine Sicherheitsfreigaben. Etwas, was völlig undenkbar wäre, wäre er später noch in irgendeiner Weise psychisch eingeschränkt gewesen. Er wurde sogar erst danach Mitglied der parlamentarischen UAB Taskforce. Zwar hatte Rush sein PTSS sogar in seinem Interview kurz angedeutet, aber die Details kannte niemand. Bis ein Online-Reporter die medizinischen Akten der Polizeistation mit einer Freedom of Information Anfrage erhielt und sie veröffentlichte. Kurz sorgte das alles für Aufregung, legte sich aber bald wieder. Und der betreffende Journalist gab zu, dass er den Tipp, wo er nach den medizinischen Unterlagen zu suchen hätte, aus Kreisen des Geheimdienstes erhalten hatte. Die Anpatzaktion schlug fehl, auch weil gerade in Amerika eigentlich niemand jemandem, der im Krieg für sein Land gedient hat, einen Vorwurf macht, danach dramatische Episoden zu haben. Jetzt, also ein Jahr später, schlägt Rush zurück und verklagt das Büro des Sheriffs und deren Mitarbeiter, weil die Herausgabe solcher Daten vom Freedom of Information Act ausgenommen sind, sagen seine Anwälte. Die Klagsumme beträgt 2,5 Millionen und bezieht sich auf Rufschädigung und dadurch entgangene Einnahmen. Nun, rechtlich kann ich das alles natürlich nicht einordnen und man wird sehen, was dabei herauskommt. Aber, ich habe mir so meine Gedanken gemacht, was die Taktik betrifft. Wieso diese Klage und warum jetzt? Natürlich, es geht ums Geld, kann man einwerfen, aber es ist eher fraglich, ob Rush das jemals erhält. Und vor allem die volle Summe. Mein Verdacht ist ein ganz anderer. Das Enthüllungsbuch von Lou Elizondo, ein enger Freund von Rush, kommt in drei Wochen heraus. Der Film über das UFO-Geheimprogramm der US-Behörden von James Fox folgt wenig später. Man hört, dass darin neue Whistleblower vorkommen werden, die vielleicht auch danach öffentlich vor dem Kongress aussagen werden. Meine Schlussfolgerung. Die Klage von Rush ist eine deutliche Warnung an die Gatekeeper, also an diejenigen, die in Geheimdiensten und Militärs gegen die Enthüllung arbeiten. Die Botschaft ist, wir wehren uns, wir setzen Gegenangriffe, wir werden euch verfolgen, notfalls vor Gericht. Also eine vorsorgliche Schutzmaßnahme für die neuen Whistleblower. Sicher, nur eine persönliche Vermutung und Analyse. Aber ich glaube, eine durchaus wahrscheinliche. Die UFO-TV-News werden die Sache jedenfalls verfolgen. Sowohl den Gerichtsprozess als auch alle weiteren Schritte der Enthüllung und die, wie ich finde, immer schwächeren Versuche der Verhüllung. Es gibt Dinge auf diesem Gebiet, über die könnte man täglich berichten. Muss man aber nicht. Dazu gehören etwa die peruanischen Trockenleichen. Denn tatsächlich gibt es fast täglich neue Berichte über diese Sache. Neue Mumien werden präsentiert, neue Untersuchungen. Ich bin da eher zurückhaltend und warte auf die großen, definitiven News. Aber, um an den neuesten Entwicklungen nicht ganz vorbeizugehen, hier sozusagen ein Newsflash. Erstens. Es gibt zwei neue Trockenleichen. Diesmal wieder in der Größe von Menschen. Sie sind wieder definitiv dreifingerig und zumindest eines der Wesen wirkt vom Kopf her sehr seltsam und deformiert. Zweitens. Neue Untersuchungen an dem älteren Fund Maria, die übrigens weder Brustwarzen noch einen Bauchnabel noch Genitalien aufweist und wegen letzterem mittlerweile alternativ auch Mario genannt wird, scheinen zu belegen, dass sie eher ein Hybridwesen aus mehreren Spezies ist. Also ein ursprünglich lebender Hybrid und keiner, der aus Leichenteilen zusammengebastelt wurde. Drittens. Die Untersuchung der Füße mehrerer dergleichen, die abgenutzt und angesenkt wirken, zeigt, dass sie zu Lebzeiten offenbar längere Zeit ohne Schuhe über heißes Terrain gegangen sind oder gehen mussten. Was für mich so wenig Sinn ergibt, wie viele andere Informationen rund um die Mumien. Also lieber weiter zum nächsten Thema. Über die geleakten Kapitel aus dem Buch von Lou Elizondo möchte ich an dieser Stelle weiterhin keine Details erzählen. Es ist euch überlassen, ob ihr sie im Netz suchen möchtet oder nicht. Tatsache ist jedenfalls mittlerweile, dass sie definitiv nicht von Elizondo freigegeben wurden. Es entsteht eher der Eindruck, dass versucht wurde, ihm damit zu schaden. Erstens finanziell durch die Vorveröffentlichung, es deutet nämlich einiges darauf hin, dass das gesamte Buch gelegt werden sollte. Und zweitens durch gewisse Stellen, die man vorab aus dem Kontext nehmen kann, in dem Versuch, ihn damit lächerlich zu machen. Ich würde sagen, das ist nicht gelungen. Ich habe auch nur Ausschnitte und ein paar Berichte gelesen. Für Neugierige, das Inhaltsverzeichnis findet sich in der letzten Wochenschau. Aber was für mich auf jeden Fall deutlich wird, ist, dass sich Elizondo in dem Buch kein Blatt vor den Mund nimmt und über alles spricht, über das er und andere in den letzten Jahren nur getuschelt haben und es mit Namen, Daten und Fakten belegt. Also genauer gesagt, die Realität des UFO-Phänomens und vieles, das damit in Beziehung steht. Nun, mehr dann in drei Wochen. Bei meiner Video-Empfehlung das letzte Mal für das Interview mit Daniel Schieren hatte ich vergessen zu erwähnen, dass er darin auch zum Thema Bergung von UFOs einige brisante Aussagen gemacht hat. Zum einen nennt er das vermutlich satellitengestützte Überwachungsprogramm der Geheimdienste, mit dem sie UFOs verlässlich aufspüren und potenzielle Landungen oder Crashs orten können. Überraschenderweise beim Namen. Offenbar heißt es Golden Dome. Dessen Existenz hatte auch Crush schon das eine oder andere Mal angedeutet und es wurde auch in dem großen Aufdeckerartikel von Matt Ford und Kollegen erwähnt. Dieser Kanal hat darüber berichtet. Tatsächlich bestätigte Schieren diesen Artikel auch noch in weiteren Details. Nämlich dahingehend, dass es eine existierende Abteilung für Bergungen innerhalb der CIA gäbe und solche auch aktuell permanent stattfinden würden. Spannend. Alle relevanten Links jedenfalls in der Beschreibung. Vor ein paar Folgen wurde hier eine neue BBC-Serie angekündigt. Eigentlich die zweite Staffel einer Serie mit dem Titel Paranormal. In dieser zweiten Staffel, bestehend aus vier Folgen, geht die walisische Präsentatorin und Journalistin Shian Eleri einer Welle von UFO-Sichtungen im Jahr 1977 in Südwales nach. Dieser Geschichte war auch eine Folge in der Spielberg-Netflix-Serie Encounters gewidmet. Eine Serie, die übrigens, und auch das ist berichtenswert, soeben für einen Emmy nominiert wurde. Und zwar in der Kategorie Outstanding Science and Technology Documentary. Durchaus ungewöhnlich für eine UFO-Dokumentation. Doch zurück. 1977 berichtete eine Gruppe von walisischen Schulkindern, ein UFO beobachtet zu haben. Später fertigten sie unabhängig voneinander deckungsgleiche Zeichnungen ihrer Sichtungen an. Das war der Beginn einer gut dokumentierten UFO-Welle in Südwales mit mehreren Dutzend Sichtungen und mehreren hundert Augenzeugen. Von dieser UFO-Welle erfährt man am Anfang der BBC-Doku, die auch den etwas irreführenden Titel trägt, Das Dorf, das Alien sah, allerdings nichts. In der ersten Folge quält sich die Journalistin, die das alles nicht sehr ernst nimmt, extrem gescriptet durch das Dorf, auf der vermeintlichen Suche nach den damaligen Schülern. Sehr unglaubwürdig, da der Fall und die Zeugen gut dokumentiert sind. Sie erhält dann auch Untersuchungsmaterial von der Tochter des damals tätigen UFO-Jägers und sichtete es, wenig glaubwürdig, am Boden ihres Hotelzimmers. Nach der ersten Folge hatte ich eigentlich genug. Aber mit einem gewissen Abstand habe ich dann doch weitergeschaut. Nun, in der zweiten Folge findet sie weitere Zeugen und Vorfälle, aber alles schleppt sich noch immer sehr dahinten. Doch mit der dritten Folge beginnt das Ganze Fahrt aufzunehmen. Die Präsentatorin interviewt Augenzeugen einer Massensichtung in der walisischen Stadt Swansea, offenbar auch neue, recherchiert die vielen Berichte von damals, integriert die Zeugenaussagen von David Fravor vor dem US-Kongress, spricht mit UFO-Forschern und schließlich sogar mit einem Abgeordneten des Oberhauses, der sich für das Thema interessiert und es auch schon in Sitzungen eingebracht hat. Amir Safras Offiziell The Lord Safras Vor allem Letzteres war mir völlig neu. Denn Politiker, die sich in ihren jeweiligen Parlamenten offen für UFO-Aufklärung aussprechen, muss man immer noch mit der Lupe suchen. Nun können wir einen, noch dazu einen Lord, dazuzählen. Mein Fazit Nicht die beste aller Serien, nicht die interessanteste, aber wenn man die Chance hat, kann man sie sich ruhig anschauen. Die Folgen sind auch jeweils nur eine halbe Stunde lang. Viel wichtiger, scheint mir allerdings, dass die Serie im BBC lief und noch online abrufbar ist. Und eigentlich für Leute, die gar nichts damit am Hut haben oder nicht an das Phänomen glauben, einen ziemlich bequemen und nachvollziehbaren Einstieg in die Materie bietet. Etwas, das ich schon lange beobachte und auch auf diesem Kanal berichte und dokumentiere, nämlich das schleichende Eindringen des Themas in Mainstream-Medien, Dokumentationen und wissenschaftliche Forschung. Das geht nicht von heute auf morgen und die Skeptiker sind immer noch sehr laut, aber es gibt eine eindeutige Entwicklung und eindeutig in Richtung das Phänomen vermehrt ernst zu nehmen. So gesehen leistet auch die BBC-Doku Paranormal durchaus einen wertvollen Beitrag. Und wir werden weiter beobachten. Vor einigen Monaten wurde auf diesem Kanal dazu aufgefordert, die Chance zu nutzen, sich aktiv zu beteiligen und EU-Abgeordneten zu schreiben, um einen Antrag zur Erforschung von UFOs durch EU-Behörden zu unterstützen. Nun gibt es wieder eine Gelegenheit, aktiv mitzumachen. Also abgesehen davon, diesen Kanal zu abonnieren und weiter zu verbreiten oder sogar Kanalmitglied zu werden. Aber das nur nebenbei. Wobei ich diesmal ein bisschen spät dran bin, zugegeben. Denn bereits vor zwei Wochen berichteten mehrere Medien international über eine neue, große, globale Umfrage. Genau gesagt über die globale Online-Umfrage mit dem deutschen Titel Kontakt mit außerirdischer Intelligenz. Diese geht von der britischen Universität Durham aus, wird aber mehrsprachig und eben global durchgeführt. Ein Link zum Fragebogen auf Deutsch findet sich in der Beschreibung. Laut Selbstbeschreibung handelt es sich um eine Studie über voraussichtliche Wahrnehmungen und Reaktionen in den Gesellschaften der Welt. Also Reaktionen auf Kontakt mit Aliens. Neben Deutsch gibt es den Fragebogen auch auf Englisch, Französisch und Spanisch. Dazu erklärende Texte auf Arabisch und Chinesisch. Wer mehr über die Studie erfahren möchte, es gibt einen ausführlichen Artikel auf Grenzwissenschaft aktuell. Link auch dazu in der Beschreibung. Hier nun die Absicht der Umfrage in der Selbstbeschreibung der Studienleiter. Ziel ist es, die Einstellungen verschiedenster Menschen und Kulturen auf der ganzen Welt zu den Fragen herauszufinden, die sich aus der Vorstellung ergeben, dass die Menschheit eines Tages mit einer außerirdischen Intelligenz in Kontakt treten könnte oder dies bereits getan hat. Wir werden sie nach ihrer Meinung zu Themen wie SETI, Suche nach extraterrestrischer Intelligenz, und UAPs, UFOs, unidentifizierte anormale Phänomene, Flugobjekte, Fragen und danach, wie sie mit einem Kontaktereignis mit einer außerirdischen Intelligenz umgehen würden oder wie die Menschheit mit einem solchen Ereignis im weiteren Sinne umgehen sollte. Die Fragen sind umfassend und es geht viel um persönliche Befindlichkeit dem Thema gegenüber. Ich habe bereits an der Befragung teilgenommen und finde sie im Großen und Ganzen gut gemacht. Mit wenigen Einschränkungen. Etwa, dass man mehr Positives hätte einbringen können. Es dominieren doch ein bisschen die erschreckenden Aspekte eines potenziellen Kontakts. Was ich aber gut finde, ist, dass es unter jeder Frage auch ein Feld für freie Antworten gibt, falls man mit der vorgegebenen Auswahl nicht ganz zufrieden ist und Eigenes ergänzen möchte. Zwei der Studienautoren sind Engländer. Der dritte ist Deutscher und in der Szene nicht unbekannt. Es handelt sich um Dr. Andreas Anton vom Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg und derzeit Honorary Fellow an der Durham Law School. Wie man so hört, gibt es international rege Beteiligung und mehrere tausend Personen haben daran bereits teilgenommen. Auch viele Medien berichten darüber recht brav. Also eine gute Gelegenheit, etwas für die Aufklärung zu tun und auch ein wenig über die eigene Einstellung nachzugrübeln, wenn man die Fragen beantwortet. Falls ihr das tut, würde es mich freuen, danach von euch zu hören. Also, was haltet ihr von der Studie, was habt ihr selbst bei den Fragen empfunden und so weiter. Wortmeldungen dazu bitte gerne im Kommentarbereich unter diesem Video. Natürlich werden wir die Sache weiterverfolgen und am Schluss über das Ergebnis der Studie berichten. Manchen Leuten, die diesen Kanal schon seit längerem begleiten, gegründet wurde ja im November letzten Jahres, wird die Veränderung bereits aufgefallen sein. Für AbonnentInnen gab es auch eine direkte Information und für Kanalmitglieder sogar um einiges früher. Aber das nur nebenbei. Manche von euch haben vielleicht auch die Umfrage dazu mitbekommen, ob ich diesen Kanal umbenennen soll. Herzlichen Dank an alle, die sich daran beteiligt haben. Der Hintergrund ist jedenfalls ganz einfach. Als ich mit der Sache hier startete, wollte ich etwas schaffen, das sich ein wenig von anderen UFO-Kanälen abhebt. Mit dem Logo der alten Austria-Wochenschau. Übrigens genauso wie die Melodie original aus den 50er-Jahren stammend, also als es vor Kinofilmen noch Kurznachrichten-Blogs, eben die sogenannten Wochenschauen gab, wollte ich mehreres ausdrücken. Erstens, es geht um News, und zwar wöchentliche News, eben in Form einer Wochenschau. Zweitens, der Kanal ist in Österreich angesiedelt. Drittens, ich nehme das Thema zwar ernst, aber mit einem gewissen Augenzwinkern. Sowohl Name als auch Logo haben dieses Ziel erreicht. Es gab Aufmerksamkeit, anfangs vor allem in Österreich, wo nicht viel Vergleichbares existiert, und überhaupt eine gewisse Neugier im Netz und in der Szene überhaupt. Nun ist der Kanal aber gewachsen, und die Anzahl der Abonnenten außerhalb von Österreich hat die der österreichischen Abonnenten schon weit überholt. Und im Gegensatz zu RTL, die Abkürzung für Radio, Television, Luxemburg, fand ich es an der Zeit, mich von der Herkunftsbezeichnung zu trennen. Es galt, ein bisschen allgemeiner und vielleicht auch durch das Logo glatter und professioneller aufzutreten. Um die Ernsthaftigkeit des Kanals mehr zu betonen, denn die Berichterstattung hier war ja schon immer ernsthaft. UfoTV Austria heißt nun also UfoTV, beziehungsweise UfoTV aktuell als YouTube-Handle. Es gibt ein neues Logo und eine neue Intromusik, sonst ändert sich nichts. Die Wochenschau existiert weiterhin und wird alternativ als UfoTV-Wochenschau oder UfoTV-News bezeichnet werden. Das Langformat Nachspiel mit den intensiveren Auseinandersetzungen zu Aspekten des Themas behält seinen Namen. Ebenso das noch neue Interviewformat UAP Talk und die Breaking News heißen weiterhin Breaking News. Das alte Logo wird nicht ganz verschwinden, aber langsam ausfäden. Wer deswegen nostalgisch ist, keine Sorge, die alten Videos bleiben ja online. Oder ihr bestellt euch eine Kaffeetasse oder ein T-Shirt mit dem alten Logo. Mehr gibt's dazu an dieser Stelle nicht zu sagen. Aber ich ziehe meinen allgemeinen Aufruf vor, doch bitte diesen Kanal auch mit seinem neuen Namen zu abonnieren, dieses Video zu liken, zu kommentieren und zu verbreiten. Ah ja, doch noch etwas. Zum Einstand des neuen Namens und Logos habe ich ein Special produziert, das jetzt und in Zukunft auf der Startseite des Kanals angezeigt wird. Willkommen in Uferhausen ist eine Bearbeitung eines von mir verfassten Artikels für die Zeitung Das Feuilleton. Der Artikel wie auch das Video zielen darauf ab, in Kurzform alles Wesentliche über die aktuellen Geschehnisse rund um die Enthüllung, Destigmatisierung und Popularisierung des Ufer-Phänomens zu berichten. Etwa über Gesetzesinitiativen in den USA und weltweit. Das Video ist vor allem für Einsteiger gedacht. Es eignet sich hervorragend um skeptische oder ablehnende Verwandte Lebensabschnittspartner Freunde oder Berufskollegen neutral, objektiv und ohne Schwurbel mit dem Thema vertraut zu machen. Ob das etwas nutzt, um sie umzustimmen, bleibt dahingestellt. Aber nachher können sie jedenfalls nicht mehr sagen, sie wüssten von gar nichts. Auch hier freue ich mich auf Berichte, natürlich am liebsten auf Erfolgsberichte. Gleich hier oder in den Kommentaren unter dem neuen Kanalvideo. So, jetzt in aller Kürze noch ein paar Videotipps zum sommerlichen Hörvergnügen. Grant Cameron, über den ich auf diesem Kanal bisher nur spärlich berichtet habe, ist ein wichtiger kanadischer Buchautor und UFO-Forscher seit 50 Jahren. In einem umfassenden zweiteiligen Interview auf That UFO Podcast berichtete er nun wortgewaltig über so ziemlich alles, was irgendwie mit dem Phänomen zusammenhängt. Insbesondere über politische Verwicklungen und Vorgänge hinter den Kulissen. Es ist manchmal ein wenig schwer ihm zu folgen, da er so viele Fakten und Dinge aufzählt, die nicht jedem unbedingt sofort vertraut sind. Aber sein Vortrag strotzt vor spannenden Details. Interessant auch seine These, dass alles, was wir derzeit erleben und alles, was das Phänomen uns in den letzten Jahrzehnten so geboten hat, eine gezielte, langsame Eingewöhnung an die Realität nicht menschlicher Intelligenzen darstellt. Sogar das Gegensteuern diverser Institutionen sieht Cameron als Teil dieser langfristigen Enthüllung. Wobei er als Drahtzieher dahinter weniger die US-Regierung sieht, sondern das Phänomen, also die Aliens selbst. Wer immer sie auch sein mögen und was immer sie auch damit bewirken wollen. Ein langes Interview mit dem Anthropologen Dr. Mike Masters hatte ich bereits in einer der vergangenen Episoden empfohlen. In einer neuen Folge von Reality Check steht da nun Ross Calthard Rede und Antwort. Ich gestehe, dass ich das Interview selbst noch nicht gesehen habe, aber es handelt ganz offensichtlich wieder von der Lieblingsthese des Doktors, nämlich, dass die Besucher wir selbst aus der Zukunft sind. Interviews mit Ross Calthard sind grundsätzlich zu empfehlen. Daher tue ich das diesmal voller Vertrauen auch blind. Dasselbe gilt für zwei neue Interviews mit Dr. Gary Nolan. Auch die habe ich noch nicht gesehen, aber ich vermute, dass er darin nichts Neues bahnbrechendes gesagt hat, sonst hätte ich das bereits um die Ecke mitbekommen. Falls aber doch, werde ich natürlich nachträglich darüber berichten. Interviews mit dem Mitbegründer der Soul Foundation sind jedenfalls nie ein Fehler. Er hat immer Interessantes, oft auch Faszinierendes zu sagen und das mit einer brutalen Ehrlichkeit, die andere Forscher eher nicht an den Tag legen. Allein die Überschriften versprechen bereits einiges. In seinem Gespräch auf Through Conversations äußert sich Nolan und das nicht zum ersten Mal offenbar provokativ zu Neil deGrasse Tyson und dessen abwertender Haltung dem Thema gegenüber. Im anderen Interview auf Through a Glass Darkly geht es offenbar um die Weiterentwicklung der menschlichen Spezies, auch im Hinblick auf parapsychologische Fähigkeiten. Definitiv faszinierend, beides steht ganz oben auf meiner persönlichen Hörliste. Sollte ich darin tatsächlich noch etwas Außergewöhnliches finden, bericht in der nächsten Folge. So, das wär's dann für diesmal. Und trotz neuem Namen und neuem Logo verabschiede ich mich wie gewohnt. Ich wünsche euch also einen schönen Sommer, immer schön nach oben schauen und bis zum nächsten Mal. Mal.